Moinsinn, mich haben ein, zwei, drei, vier Zuschauer letztens auf dieses Headset angesprochen und sich eine Review dafür gewünscht und ich musste wirklich überlegen, was man da reviewen sollte, weil eigentlich ist es ein Headset. Aber ich habe überlegt, ich werde mal so ein, zwei meiner Gedanken dazu teilen und dich mal abholen und erzählen, worum es geht. Ich habe jetzt viele Jahre das hier benutzt, meine DIY, ja, wie soll ich sagen, Ghetto-Lösung. Ich hatte sehr lange einen Corsair HS50 und habe mittels, naja, wie ihr sehen könnt, ein bisschen Friemelei, ein bisschen Kleber, ein bisschen 3D-Druck mir dieses Konstrukt hier gebaut. Das hier ist ein Biodynamics-Mikrofon, gepaart mit meinem Corsair HS50 und einer 3D-gedruckten Halterung für das ModMic. Und dazu gab es einen Adapter, den hat man dann hier herangekloppt und ist dann über XLR und mit Phantomspeisung konnte man dieses Mikrofon betreiben. Das klang ein bisschen dünn für meinen Geschmack, also dünner als das hier, das hat ein bisschen mehr Volumen. Und das habe ich dann eingetauscht gegen ein Headset, wofür Menschen jetzt eine Review haben wollten. Und zwar das gute Stück. Ich bin ja so ein Headset-Mensch. Mich haben ein, zwei Menschen schon mal gefragt, warum ich nicht so ein Dingel-Dongel-Gerät in der Schnute habe. Dafür können wir uns mal kurz diesen Clip ansehen, warum. Vor allen Dingen hast du auch immer so dieses Gefühl, du musst das so ständig so richtig in die Hand nehmen und dann musst du da so richtig schön reinspiegen. Und genau deswegen trage ich Headset. Ich habe Katzen und ich möchte mich immer bewegen. Manchmal stehe ich einfach auf und dann gehe ich hier rüber und ich klinge die ganze Zeit identisch. Es ist jetzt nicht so, als wenn ich weiter weg klinge oder näher dran und das ist für mich einfach ein bisschen schöner, das hier direkt vor dem Mund zu haben. Oder meine Katzen können auf den Tisch rumlaufen, sich hier mit hinlegen und ich muss dann nicht immer die ganze Zeit das so durch die Gegend hauen. Aber was kann man jetzt dazu sagen? Das hier ist auch ein Bayer Dynamics und zwar ein DT797PV. Kosten Punkt 350 bis 360 Euro, je nachdem wo du es kaufst. Es ist für mich persönlich nach meinem jetzigen Stand das beste Headset, was ich je hatte. Denn man kann hier dran alles tauschen, was ich persönlich super geil finde. Man kann den Kopf tauschen, indem man hier oben einfach die Knöpfe auflöst und das Ganze dort abbaut und sich dann eine neue Sache ranbaut. Man kann die Ohrmuscheln wechseln, was für mich super wichtig ist, denn durch das Simracing sehen meine Headsets irgendwann nicht mehr so geil aus. Und ich brauche wirklich Teile, die ich wechseln kann und dieses Mikrofon gibt mir halt die Möglichkeit. Das Schöne daran ist, es ist auch XLR, ihr braucht dazu Phantomspeisung, also 48 Volt ist notwendig. Das heißt, ihr solltet ein Interface haben oder zumindest irgendwas in die Richtung, was das hier reindonnert. Es gibt ja auch Zwischenstücke, wo ihr das machen könnt und dann könnt ihr an die Soundcard rangehen. Ich habe die 80 Ohm Variante, also von den Kopfhörern, das heißt, da sollte auch mal ein bisschen Dunst drauf sein bei der Ausgabe für die Kopfhörer. Das hier ist 3,6,5 Klinke, Entschuldigung, ne 6,3, 6,5, 6,3. Auf jeden Fall ist die große Klinke, dann macht es einfach. Ich habe jetzt einfach mit einem Adapter, den könnt ihr euch einfach kaufen. Ich glaube, ich hatte vier Stück davon geholt und habe jetzt noch ein paar rumliegen auf Reserve. Den könnt ihr hier einfach dran klatschen und dann habt ihr einfach die kleine Klinke. Und dann könnt ihr das Ganze benutzen. Was sollte man jetzt dabei beachten? Ja, eigentlich nichts. Du nimmst das Ding, feuerst das da ran, machst 48 Volt an, schiebst dir das Ding vor die Schnute und dann kannst du loslegen und hast relativ guten Sound. Was ich euch empfehlen würde, wäre eventuell, einen Kompressor noch davor zu schalten. Also ich habe ja jetzt meinen DBX noch davor. Ich musste auch ein bisschen rumfriemeln mit dem Mikrofon. Also es wäre ratsam, das nicht so weit am Mund zu haben. Bei mir beispielsweise sind die P-Laute sehr aggressiv. Ich muss mich jetzt gerade wieder ein bisschen schulen, das nicht mehr zu doll zu machen, weil das pfeift natürlich immer direkt rein oder ihr macht es ein bisschen weiter vom Mund weg. Also was kann man jetzt am Ende zu diesem Headset sagen? Wir haben viele Möglichkeiten, das Ganze hier anzuschließen. Ihr könnt das ganz normal betreiben am Computer. Das wäre auch eine Möglichkeit. Es gibt Adapterkabel für XLR und Phantomspeisung, die ihr damit reinmachen könnt. Ihr habt die Möglichkeit, das zu modifizieren, also indem ihr alles abbaut und tauschen könnt. Was heißt, die Langlebigkeit davon wäre auch natürlich gegeben. Das wäre hier zum Beispiel nicht möglich. Hier kann man zwar die Ohrmuscheln wechseln, weil wenn irgendwann der Kopf kaputt ist oder das Teil auf der Birne, dann wird es ein bisschen schwierig. Eine Sache sollte man dazu noch sagen und ich denke, das ist das Wichtige, weil es ein, zwei Menschen da draußen erfahren möchten. Wie ist das jetzt A mit Brille, B mit riesigen Ohren und C mit einer richtig fetten Wassermelone. Und das Gute ist, ich kann alles anbieten, denn ich habe eine riesige Wassermelone, ich habe riesige Radartüten als Ohren und ich trage eine Brille. Also manchmal drückt das Ding ganz schön doll an der Brille. Das hängt aber damit zusammen, dass die Ohrmuscheln wirklich sehr hart sind. Man kann sie wechseln, es gibt weichere. Der gute Alex hat mir damals mal Silikonohrmuscheln geschickt, die werde ich dann demnächst nochmal ausprobieren, weil es für mich auf Dauer wirklich ein bisschen schwierig ist mit der Brille. Weil das hier vorne, gerade so an der Schläfe, ab und zu ein bisschen doller drückt, wenn man das aufsetzt. Des Weiteren, wie ist das mit dem großen Kopf? Ihr habt natürlich die Einstellmöglichkeiten, also ihr könnt das hier raus und rein schieben die ganze Zeit. Das funktioniert auch sehr, sehr gut und tadellos. Kann ich euch an der Stelle nur empfehlen. Also auch mit einer riesigen Wassermelone haut das Ganze hin. Was für mich ein bisschen gewöhnungsbedürftig war. Ich habe damals sehr viel Cap getragen und mein Headset war immer ein bisschen hier hinten, würde ich sagen. Also nicht direkt oben auf dem Kopf drauf. Und ich muss mich immer daran gewöhnen, meine Kopfhörer richtig so zu drehen, damit die Ohren in der Muschel drin sind. Was riesige Ohren angeht, funktioniert wunderbar, passen da wirklich tadellos rein. Eine Sache möchte ich aber an der Stelle noch mit anmerken. Wenn du in diesem Headset unterwegs bist, bist du wirklich komplett abgeschlossen von der Außenwelt. Also du kriegst nicht wirklich viel mit. Wenn du im Tunnel bist, dann hörst du nichts mehr. Also ich habe wirklich festgestellt, ich höre nicht mal mehr die Klingel. Ich höre weder das Telefon, noch höre ich irgendwas, wenn meine Katzen irgendwas runterschmeißen. Also das sollte dazu gesagt sein, wenn ihr euch so ein Ding anlegt, seid ihr weg. Der Klang ist sehr, sehr schön. Also im Gegensatz zu meinen HS50, die ich wirklich sehr gefeiert habe, ist er doch etwas basslastiger. Man muss aber dazu sagen, ihr müsst da schon richtig Zunder reingeben, dass da guter, also nicht guter Sound, das möchte ich so nicht sagen, präsenterer Sound rauskommt. Also ich musste im Vergleich zu diesen, also die hier, musste ich nicht so weit aufdrehen wie diese. Also ich musste an meinem Mischpult wirklich sehr viel mehr, ja ich sag mal, Volumen reingeben, dass hier was rauskommt. Also das solltet ihr an der Stelle auch beachten, falls ihr es nachher anschließt. Und das kann vielleicht zu leise sein. Wie gesagt, es wäre vielleicht ganz ratsam, ein Interface zu haben. Also so eine Scarlett zum Beispiel von Focusrite, das kostet glaube ich 60 Euro. Da kann man ja immer noch ein bisschen Zunder reingeben. Also da solltet ihr ein bisschen drauf achten. Ansonsten gibt es dazu wirklich nichts zu sagen. Wenn du Bock auf ein Headset hast, mit ordentlichem Klang und einem guten Mikrofon und nicht so klingen möchtest, als wenn du aus der Kloschüssel sprichst, ist das definitiv eine Option für dich. Aber es hat seinen Preis. Und 350 Euro sind wirklich nicht wenig Geld. Ich denke aber, man wird es sehr, sehr lange haben und hat auch die Möglichkeit, wenn Sachen kaputt gehen, sie zu wechseln. An dieser Stelle, lass mich mal wissen, ob du dich dafür interessierst, wie du es selber empfindest jetzt beim Hören und ob du Bock hast, dir so ein Ding zu kaufen. Oder was hast du denn für ein Headset- bzw. Mikrofon-Kombo bei dir zu Hause? Weil das ist ja auch so ein Thema. Wir sind ja über die letzten Jahre als Endanwender im Internet ein bisschen mehr auf Qualität gegangen und benutzen nicht so eine 5 Euro Headsets mehr. Na gut, nicht alle. Nicht alle. Nee, nicht alle. Die meisten sind gewechselt. Also, lass mich das doch mal wissen. Vielen Dank, dass du dir das Video angeguckt hast. Ich wünsche dir einen unglaublich schönen Tag. Lass es dir gut gehen. Bis den Dansen. Au! Bevor ich es vergesse, schmetter doch mal den Button. Du weißt schon. Den mit dem Daumen hoch oder den mit dem runter. Dann kannst du auch noch abonnieren und die Glocke anmachen, weil hier kommen echt viele Videos in der Zeit. Kussi, kussi. Bis dann. Bis dann.